Hallo zusammen, heute ein weiterer Vlog von unserer Reise mit der Symphony of the Seas. Heute nehme ich euch mit nach Roatan, also in Honduras. Wie ihr seht, das ist natürlich hier nicht die Symphony of the Seas und es ist auch nicht Honduras. Daran merkt ihr, nach dem allerersten Video, wo das Intro ein bisschen schief gegangen ist, muss ich gestehen, ich habe auf Roatan einfach vergessen, ein Intro zu drehen. Es lag einfach daran, dass wir ganz, ganz früh los sind mit dem Ausflug, beziehungsweise ganz früh schon frühstücken mussten und dann einen ganz tollen Ausflug gemacht haben, unter anderem mit Faultiere kuscheln und was wir da so alles gesehen und erlebt haben, das seht ihr jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020